Es hat von Anfang an schon mehr nicht gepasst. Aber ich sage, ich bin hergefahren mit den Gedanken. Dabei sein ist eigentlich alles für mich, weil es war meine ersten Olympischen Spiele und im Triathlon mit den 20 Jahren ist eigentlich noch ziemlich jung und ich habe noch viel Zeit. Ja, 2016 hoffe ich, dass ich dabei sein kann und da stecken mir die größeren Ziele oder mehr erreichen. Für mich ist es einfach etwas Einzigartiges, etwas Großartiges eigentlich. Einfach so viel berühmter, super Sportler auf einem Platz zu sehen im Olympischen Dorf. Es ist so hautnahes zu erleben. Triathlon, das war, also die Zuschauer, das kann ich nicht beschreiben. Es ist einfach echt gänsehaut Feeling, sage ich auch mal, wenn man noch läuft und es ist kein Meta, wo einfach kein Mensch steht und die anderen feiert und ja, super. Also ich bin überhaupt nicht aber, glaube ich, weil ich sage, wenn ich mir sage, ich muss unbedingt immer irgendwas machen und auch mal etwas schiefläuft, eben das will ich nicht und ich lasse immer alles auf mich zukommen. Sicher habe ich die Zeit, wenn ich einschwimmen gehe und wenn ich mich wie etwas vorbereite. Die letzten vier Wochen waren nicht wirklich super für mich die Vorbereitung, weil ich Knieprobleme gehabt habe und habe zwei Wochen überhaupt nicht laufen können. Ja, ich habe vorher sehr viel Zeit im Wasserfahrt gebracht und habe ziemlich gute Leistungen angebracht und deswegen habe ich mich heute ziemlich enttäuscht, dass ich es nicht rüberbringen konnte. Aber wegen Triathlon ist natürlich, ich war von einer Gruppe auch befindet und ja, man kann immer in Schlägerei geraten, was mir heute auch passiert ist. Ja und beim Laufen habe ich dann gemerkt, dass wir auf die Kilometer fallen und auch beim Radfahren habe ich natürlich das Knie schon gespielt und beim Laufen sowieso. Aber ich bin einfach glücklich, dass ich wenigstens um das Ziel gekommen bin, weil ich habe schon gedacht, das war ziemlich hart, ja. Ja, man muss immer vorausschauen, sage ich und als nächstes Rennen werde ich besser gelingen. Es gibt es natürlich immer Tiefs, das ist einfach immer in jedem Bereich im Leben so und natürlich die ganze Familie, die wieder vielleicht motiviert, steht immer hinter mir und deswegen tue ich von nachdenken und fliege einfach nach vorne.